Fußballerisch, aber man kann technisch gut sein, aber Ronaldo steht in meinen Augen immer richtig. Deswegen ist er ja nicht besser, nur weil er richtig steht. Sind für dich dann im Schnitt gute Mittelfeldspieler, bessere Fußballer als gute Stürmer? Also Stürmer, wenn dein Stil passt und so weiter, ne? Also... Spitze steht vorne. Ja, das kommt darauf an, wenn du ein Stürmer... Was macht ein Stürmer? Es gibt ja ganz unterschiedliche Stürmertypen, so wie Haaland, der hat vielleicht 13 Ballaktionen im Spiel. Aber der steht immer richtig, ne? Ja, richtig. Deswegen ist er ja nicht unbedingt ein guter Fußballer. Okay. Er schießt zwar Tore, aber deswegen... Wenn du so einen Spielstil hast, dann reicht es... Es reicht, um einen Titel zu gewinnen. Ja. Ja, weil... Wenn es dir nicht versteht, geht es darum, ob er ein guter Fußballer ist, technisch. Ja. Ja, es geht ja um das Fußballspielen. Also klar, Torschießen gehört dazu, aber nur immer richtig stehen und Torschießen, das kann... Kann nicht jeder, nein, kann nicht jeder. Nein, nein, will ich gar nicht unbedingt sagen, aber... Deswegen ist er ja kein guter Fußballer unbedingt. Ronald ist ja schon ein guter Fußballer. Ja, ja, will ich ja, natürlich, klar. Es geht ja darum, er besser ist. Ja. 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 Ja.